Wenn ich die Daten des Senders reparieren will, muss ich das aus der Luft tun. Ich brauche einen Sonnenflügel. Ich hatte eine heftige Nacht. Als ich die Basis erreichte, wurde ich geschlappt. Man hielt mir ein Lauf ins Gesicht. Die vergütende alte Männer, sie wussten, was ich vorgehabt hatte. Meine lokalen Laufwerke wurden zerstört, aber meine Backups haben sie nicht gefunden. Da wurde mir klar, dass sie Angst hatten. Mein Failsafe-Countdown hatte bereits begonnen. Ihre Zeit war so gut wie abgelaufen. Also setzten sie ihr allerletztes Mittel ein. Eine Wissenschaftlerin namens Elisabeth Sobeck. Sie sah müde aus. Aber sie sprach die Wahrheit. Keinen geschönen Bullshit. Und ich hatte recht. Es gibt keine Superwaffen. Wir werden alle sterben. Aber es gibt eine Zukunft. Die Hoffnung, dass nicht alles umsonst war. Wenn Zero Dawn Erfolg hat. Wenn Enduring Victory Sobeck genug Zeit verschafft. Hier bin ich. Steuere ein Word hinter die Front. Ich kann nicht alle Backups löschen, aber ich kann verhindern, dass sie gesendet werden. Eine Selbstmordmission für die Sache. Wenn Pasha mich jetzt sehen könnte. Die Männer und Frauen da draußen werden nie erfahren, für was sie wirklich kämpfen. Doch die Wahrheit ist, wir kämpfen für die Zukunft. Auch wenn es nicht unsere Zukunft ist. Dann bis bald, Pasha. Elisabeth gab ihr Hoffnung. Und deshalb hat sie Zero Dawns Geheimnis bewahrt. Enduring Victory hielt bis zum Ende zusammen. Und da wird das Lebenم薩 gesendet. Das ist die tastesgemaß. Das ist aber nicht so. Und das ist das Spiel. Und dann bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. Das war's für heute. Oh, come on. Untertitelung des ZDF, 2020